Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Special zu den Fantasy Filmfest The White Nights 2020. Wir haben in diesem Jahr ganz viele Leute, die hier Filme gesehen haben und haben auch bereits einen Teil der dort laufenden Filme besprochen. Die White Nights sind inzwischen vorbei und wir wollen uns jetzt hier nochmal zusammensetzen und mal so ein bisschen wie so eine Radioshow über verschiedene Filme sprechen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf verschiedene andere Ausgaben, die wir schon hatten. Zum einen haben wir bereits drei Filme im ersten Special besprochen. Das waren nämlich The Beast, Code 8 und auch Jojo Rabbit zu diesen drei Filmen, die dort bei den White Nights liefen und die auch vereinzelt ja schon ihren Kinostart in Regulären bereits hatten. Haben wir eben schon Aufnahmen, haben wir schon Besprechungen rausgeballert. Da guckt man einfach im Feed oder eben auf YouTube, auf Spotify, je nachdem wo ihr hört. Also auf jeden Fall ist da was dabei und da könnt ihr die Besprechung auch finden. Und dann auch noch der dezente Hinweis. Am heutigen Tag der Aufnahme ist auch unser exklusives beziehungsweise ziemlich geiles Interview mit Taika Waititi erschienen. Das heißt also, die liebe Lieder hatte in Berlin die Gelegenheit, ihn zu treffen, sitzt dann mit weiteren Kollegen der Presse an einem sogenannten Roundtable und alle haben ihre Fragen vorbereitet und die auf den Taika abgefeuert. Und der war echt so nett und hat die auch noch beantwortet. Das sind auf jeden Fall nicht ganz 30 sehr interessante, unterhaltsame und eben auch informative Minuten zusammengekommen, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Auch da hört unbedingt mal rein, weil natürlich gerade so, sag ich mal, Satire auf den Nationalsozialismus in einem Land wie Deutschland ja auch eine besondere Perspektive mitbringt und auch ein besonderes Thema ist. All das wurde dort thematisiert. Wir wollen uns jetzt über die sieben verbleibenden Filme unterhalten und dafür habe ich hier heute das Glück, drei weitere Kollegen mit in der Runde zu begrüßen, die absolut wissen, wovon sie reden, die Dauerstammgäste sind oder einfach auch mal sowas wie unsere Lichtfiguren, wenn es um das Fantasy-Filmfest geht. Und beginnen möchte ich mit dem Mann, den wir unter anderem auch das Interview mit einem der Veranstalter, wenn nicht gar dem Gründer des Fantasy-Filmfests zu verdanken. Moin Santilo. Servus, grüß euch aus München. Du bist ja genau wie der Maik, der ja auch in der Runde ist, ein Dauerkartenbesitzer und hast fast alles gesehen, ne? So ist es. Diesmal habe ich hier acht Filme von zehn geschafft. Wow, mega krass. Auch wieder ein Beweis für die Qualität deines Sitzfleisches. Ja, das ist danach immer etwas lädiert. Und Maik, du hast auch in München geschaut, ne? Ja, genau. Ich war auch da. Was ein Zufall. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Na schön. Können wir das nächstes Mal ja kurz schließen. Ja, auf jeden Fall. Also mein Sitzfleisch wurde auch ordentlich beansprucht. Das war schon teilweise sehr ermühend. Der Tele-Stammtisch verbindet auf jeden Fall. Und du hattest ja auch noch jemanden mit am Start, der auch fast heute mit dabei gewesen wäre, der liebe Onno, neben dem du häufig gesessen hast, oder? Ja, genau. Wir haben quasi das Fantasy 5 was zusammen besucht, haben uns da zusammengetan und uns durch die Blutlachen gekämpft. Willst du etwa sagen, ihr seid befreundet und macht Sachen privat miteinander? Privat innerhalb, nur zum Kino. Weiter ist es noch nicht gekommen. Ja, mega. Aber der Onno hat leider keine Zeit heute, ne? Ja, leider. Ist halt Wochenende und wie das so ist mit Privatleben. Manchmal gibt's Sachen, die sind wichtiger als so eine Aufnahme vom Tele-Stammtisch. Ja, und der dritte Mann in der Runde ist jemand, der sich für uns in auch eine dieser Pressevorführungen, beziehungsweise eher in regulären Vorführungen begeben hat. Er stand, genau wie ich bei anderen Filmen auch, auf der Presseliste. Und ich freue mich, dass er heute zumindest für eine Besprechung ganz zu Beginn unseres Specials heute mit dabei ist. Moinsen, Christopher. Hi, ich bin der faule Sack, der nur einen Film gesehen hat. Aber ich werde mein Bestes geben. Übrigens, als ich dort ankam, sagte mir der Veranstalter des Festivals in Köln, dass da neun Leute von neun verschiedenen Websites auf der Gästeliste standen und ich war der Einzige, der erschien. Also ist das wiederum positiv zu sehen, ja. Ehre, wem Ehre gebührt. Also für Frankfurt muss ich sagen, dass die überhaupt nicht wussten, dass es eine Gästeliste gibt und die, als ich so ein paar Namen droppte, sagten, naja, geh halt hoch. Ja, die sind ja nicht so. Leider war zum Beispiel auch ein Kollege der Stefan, den hätte ich fast bei einem Film getroffen, der ja auch regelmäßig Besprechungen macht, der Stefan von Filmfreaks. Der ist leider aus gesundheitlichen Gründen, konnte ja nicht kommen, aber ist schon überraschend. Da musste dir so ein Kastelistenplatz ja teilweise wirklich erkämpfen. Wir haben wahnsinnig viel E-Mail-Verkehr teilweise vorher, um möglichst viel auch mitzunehmen. Und schade, dass das da nicht so allumfassend wahrgenommen wird. Und jo, jetzt sind die Filmfest White Nights also schon vorbei. Die haben wieder in verschiedenen Städten stattgefunden. Das sind vor allem die großen München, Berlin, Hamburg, Nürnberg, Frankfurt, Köln und Stuttgart. Und an der Stelle auch schon mal der Hinweis, dass aktuell auch schon die neuen Termine fürs nächste Jahr feststehen. Dort wird in den eben genannten Städten dann diese quasi Sonderausgabe der White Nights im Mai vor allem stattfinden. Also für dieses Jahr meintest du, du hast das nächstes Jahr gesagt. Genau. Nee, die Nights stehen fest, so rum. Die Nights habe ich jetzt hier vor mir, April, Mai 20. Und ich hatte, glaube ich, irgendwo auch schon Daten gesehen für 21 White Nights. Genau, die haben wir auch. Nee, die haben wir noch nicht. Ich habe nichts gesagt. Sehr gut. Okay. Wir können nicht so weit in die Zukunft schauen. Ja, aber Thilo, vielleicht nochmal kurz für dich die Frage weitergereicht, weil du uns ähnliche Fragen bereits im ersten Special zum letzten Jahr der regulären Ausgabe des Filmfests beantwortet hast. Was ist denn so jetzt dieses Besondere an den White Nights oder den Nights? Das ist ja nicht das klassische Filmfest. Ja, das ist halt so ein Ableger, den sie irgendwann mal ins Leben gerufen haben. Das reguläre Filmfest ist ja mittlerweile um die zehn Tage lang. Also das ist schon so ein richtiges Festival, für das man dann auch Urlaub nehmen muss, teilweise, wenn man da eine Dauerkarte hat. Und diese Ableger finden dann eher so im Winter beziehungsweise dann im Herbst statt. Und das ist immer nur ein Wochenende. Und da werden in Anführungszeichen nur zehn Filme gezeigt, also zweimal fünf Filme. Heute, dieses Jahr in München war es ein bisschen anders, weil wegen einer Opernübertragung aus der MET, was in dem Cinemakino stattfindet hier in München, musste das dann auf drei Tage quasi aufgedröselt werden. Aber sonst sind es eigentlich immer Samstag, Sonntag, wo fünf Filme am Stück dann gezeigt werden. Unterscheidet sich das denn irgendwie inhaltlich vom eigentlichen Festival? Also, dass die Themen andere sind oder die Qualität vielleicht sogar? Das ist im Grunde genau dasselbe, bloß etwas kürzer und eben am Wochenende. Und sonst ist es wirklich wie das Fantasy Filmfest, da ist eigentlich nichts anders. Okay, alles klar. Im Interview, das du geführt hast, eben mit dem Rainer, heißt der, glaube ich. Genau, Rainer Stefan. Rainer Stefan, genau. Der hat ja gemeint, dass die auch hunderte von Filmen sichten. Und scheinbar gibt es da mehr als genug Material, um dann letztlich ja auch drei Festivals, wenn man so will, zu bestücken. So war es. Also, es ist halt so gewesen, dass da durchaus die Nachfrage eben da war, dass die Leute nicht immer ein ganzes Jahr aufs nächste Festival warten wollten, weil man fällt danach auch immer in so ein Loch, so ein bisschen. Und sie meinen, es gibt einfach genug gute Filme, um da noch ein bisschen mehr anzubieten. Da haben sie erst die Fantasy Filmfest Nights eben ins Leben gerufen. Und dann haben sie gesagt, das reicht noch nicht, machen wir noch die White Nights, also im Winter. Und jetzt gibt es halt diese drei Säulen, würde ich mal sagen, des FFF. Ja, geil. Okay, und bei dir weiß ich ziemlich genau, seit wann du ungefähr schon dabei bist, dir dieses Festival regelmäßig zu geben. Mike, wie sieht denn das bei dir aus? Bist du auch so ein richtig klassischer Stammgast? Mittlerweile schon. Ich glaube, mein erstes Jahr war damals, da lief What We Do in the Shadows auf dem Fantasy Filmfest. Das war zum ersten Mal. Und da bin ich auch immer, ich komme ursprünglich aus dem Mittelrheintal. Und da bin ich immer nach Frankfurt gereist. Das hat dann immer so eineinhalb Stunden gedauert. Und von daher hat es sich immer angeboten, für einen Tag mal hinzufahren, drei, vier Filme mitzunehmen. Und das habe ich dann immer mit einem Freund von mir zusammen gemacht. Ich habe immer die ganzen Trailer gesichtet, habe uns dann drei Perlen rausgesucht und dann gehofft, dass was Gutes dabei ist. Und das müsste, ja, 2015, 2014 sowas gewesen sein. Okay, da bin ich doch ein bisschen länger dabei. Ja, ich auch. Ja, gerade, dann sind es halt auf jeden Fall schon ein paar mehr Jahre. Dann bin ich ja quasi so der Newbie. Ich habe in diesem Jahr eins, zwei, drei, vier Filme gesehen. Immerhin, davon einen zu Hause und drei im Kino. Das ist ja auch ganz okay, finde ich, für so einen Anfänger. Aber Christopher, du hast gemeint, du bist jetzt auch schon, du hast auch den ein oder anderen Film von dem Festival schon mitgenommen, richtig? Zehn Jahre sind es, glaube ich, bei mir. Das erste Mal war ich beim Fantasy Film Fest 2009. Das war so eine Tradition, die ich dann mit meiner Schwester und meinem Schwager hatte, dass wir dann regelmäßig dorthin gegangen sind, um ein paar Sachen zu sichten. Und immer mal wieder gab es da Perlen, immer mal wieder gab es absoluten Trash. Es gab immer positive wie negative Überraschungen. In letzter Zeit ist das ein bisschen weniger bei mir geworden. Da habe ich nicht ganz so viele Filme geschafft. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren, das Programm, gab es auch immer nur ein bis zwei Filme, die mich wirklich interessiert haben. Also ich habe es mir irgendwie abgewöhnt, da ins kalte Wasser zu springen und dann irgendwie nach zwei Stunden aus dem Kino zu kommen und großer Gott, was war das denn, sagen zu müssen. Da bin ich ein bisschen safer geworden in meiner Auswahl. Und du hast dir ja ziemlich konkret Synchronic rausgesucht. Das ist immer so, dass wenn wir anfangen als Presse hier, wir würden gern über euer Festival sprechen, da entsprechend auch Berichterstattung machen und das dann eben alles so ein bisschen auseinandernehmen wollen, dann haben wir so ein bisschen die Wahl, natürlich in einem, sage ich mal, angemessenen Maß, uns quasi Filme auszusuchen, wo wir gern auf die Gästeliste kommen wollen würden. Und es hat übrigens auch nicht bei jedem Film geklappt. Nur bei Synchronic, den hast du dir relativ konkret ausgesucht. Warum eigentlich? Ich sah einfach so eine kurze Synopsis. Das ist ein Thriller. Es geht um eine Designer-Droge, die rumgereicht wird. Dann habe ich Anthony Mackies Teilnahme gesehen, der ja mittlerweile auch sich seine Projekte mehr oder weniger aussuchen kann. Jamie Dornan ist jetzt natürlich kein großer Grund, ins Kino zu gehen, wenn man bedenkt, womit er berühmt geworden ist. Reusper, Reusper. Was war das denn? Eine bestimmte Trilogie über ein bestimmtes Liebespaar, das bestimmte Praktiken bevorzugt. Ah, ich verstehe. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, ja, wir alle nicht denken. Die Twilight-Fanfiction war das, ne? Ja, ja, genau. Twilight-Fanfiction, ja, genau. Sehr gutes Stichwort. Nein, es war Anthony Mackie und es war auch der Plot, der anfangs sehr interessant klang. Wollen wir mal erzählen, wo man Anthony Mackie kennt? In erster Linie fiel er natürlich als der Falcon aus dem Marvel Cinematic Universe, aber auch so schon aus Nebenrollen in vielen wirklich großen Filmen wie Detroit zum Beispiel. Da hat er mir sehr gut gefallen. Ja, Synchronic. Den hast du dir jetzt ja auch gegeben. Ich würde gerne mal ganz dreist hier mal diese Standard-Fakten runterbeiern. Wir werden ja relativ straight auch jetzt durch die einzelnen Filme durchgehen. Wir werden jetzt keine allumfassende große Bewertung von jedem Detail vornehmen, aber wir wollen euch auf jeden Fall einen Eindruck davon geben, wie uns die Filme gefallen haben. Dadurch noch ein paar individuelle Worte verlieren. Wir haben ja auch nicht alle alles gesehen, aber nur da ist jetzt hier so ein bisschen Feuer hinter. Dieser Film hat eine Laufzeit von 96 Minuten und wird hier im Genre Science-Fiction-Horror geführt. Und ich bin echt mega gespannt, worum es überhaupt geht. Erzähl mal, Feuer frei. Synchronic ist eine neue Designer-Droge auf dem Markt. Das ist eine Pille, die, wenn man sie sich gibt, sehr, sehr reale Halluzinationen hervorruft. So scheint es am Anfang zumindest. Jamie Dornan und Anthony Mackie spielen zwei Sanitäter, Rettungsfahrer, die immer wieder an Tatorte gerufen werden oder auch an ausschweifenden, zu ausschweifenden Partys, wo Leuten Synchronic verabreicht wurde und die kurz danach tot sind. Und dann auf einer Party kommt es leider dazu, dass Jamie Dornans Tochter anwesend ist. Sie nimmt auch Synchronic und ist dann spurlos verschwunden. Jamie Dornan und seine Frau reichen die üblichen Maßnahmen ein, versuchen halt die üblichen Dinge, um ihre Tochter wiederzufinden. Sie kontaktieren die Polizei, sie machen im Internet darauf aufmerksam, hier ist ein Mädchen verschwunden. Aber Anthony Mackie hat einen ganz anderen Verdacht und denkt, die Droge ist der Schlüssel. Sie wird mich dorthin führen, wo sie ist. Und er macht dann tatsächlich gefährliche Selbstversuche. Er besorgt sich diese Droge, um sie einzunehmen und macht dann eine interessante Entdeckung. Denn Synchronic sorgt nicht einfach nur für Halluzinationen. Die Einnahme von Synchronic sorgt dafür, dass man rückwärts durch die Zeit reisen kann. Und für einen gewissen Zeitraum genau an dem gleichen Ort, an dem man die Pille eingenommen hat, dann da steht so 50, 100 oder auch 100 Jahre in der Vergangenheit. Und er ist der festen Überzeugung, dass Jamie Dornans Tochter irgendwie in dieser Zeitschleife hingen blieb. Und darum besorgt er sich mehrere Pillen Synchronic, um halt genau die Regeln zu lernen, wie lange befinde ich mich in der Vergangenheit, wenn ich sie einnehme, wann komme ich wieder zurück, wo, an welchen Orten befinde ich mich dann wo, in welcher Epoche, um dann seine Tochter zu finden und sie erfolgreich zurückbringen zu können. Und er selbst steht auch massiv unter Zeitdruck, weil er einen Hirntumor hat und nicht mehr allzu lange zu leben hat und deswegen diese eine gute Tat noch vollbringen möchte vor seinem Tod. Okay, fantastisch. War jetzt gar spoilerfrei, muss ich gestehen. Ja gut, das ist unmöglich, das zu spoilern, aber ich finde in diesem Fall ist es die Art von Spoiler, die wirklich notwendig ist, weil Leute sollten wissen, worauf sie sich da einlassen. Es ist wirklich ziemlich abgedrehter Stoff, wie man sich das bei der Inhaltsangabe jetzt denken konnte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt den Film ja alle drei gesehen, im Gegensatz zu mir. Und ich muss sagen, ich finde Science-Fiction geil. Ich finde dieses Hin- und Her-Zeitreise-Ding schon mal saugeil. Das sind schon mal zwei große Punkte, die für den Film sprechen und die Besetzung finde ich auch extrem ansprechend. Erzählt mal Jungs, ist das Grütze oder ist das geil? Ich sag mal, nicht Fleisch, nicht Fisch. Komisch, komisch. Warum? Also es war wieder einer der Kategorie, gutes Grundsättigen, Ingredienzen alle da und leider ist es nicht ganz geschafft, die Kurve zu kriegen. Das Drehbuch war leider nicht gut genug. Da würde ich mich fast nahtlos anschließen. Weil es ist jetzt eine Woche her, dass ich den Film gesehen habe und ich kann immer noch nicht genau sagen, ob gut oder schlecht. Das steht bei mir immer noch so auf dieser Kante. Ich weiß es nicht genau. Viele tolle Elemente, aber viel verschenktes Potenzial. Ganz, ganz schwieriger Fall. Ja genau, verschenktes Potenzial ist genau das, was es trifft. Ja, der hat nämlich zu Beginn fängt er richtig sehr stark an, auch inszenatorisch und hat dann auch von der Geschichte her, gibt er einem sehr viel mit und dann wird das aber so schnell alles aufgelöst und relativ platt aufbereitet, dass der sich sehr schnell verliert und dadurch so seinen Charme auch verliert. Also wir sind aus dem Kino. Ja, es hat dann irgendwie, ja es war nicht mehr schlüssig am Ende. Das ist immer dann schade, wenn man es nicht mehr so nachvollziehen kann, was das eigentlich sollte. Ich denke, der Film hätte sich einfach ein Element raussuchen sollen und hätte dann diese Schiene fahren müssen. Zum Beispiel als Thriller funktioniert er nicht gut genug, weil du einfach nicht das Gefühl von einer Ticking Clock hast. Es hätte dramatischer sein müssen, dass Anthony Mackie weiß, ich habe selbst nicht mehr viel Zeit, aber ich muss unbedingt dieses Mädchen finden und mir gehen auch langsam die Pillen aus. Dieses Thriller-Element wird nicht drastisch genug gepusht, dass genügend Spannung entsteht, aber dann eben die philosophischen Elemente, die hier reingebracht werden sollen, werden auch nicht gut genug ausgearbeitet, weil der Film versucht schon so ein bisschen darauf einzugehen, was das eigentlich so bedeutet, der Wandel der Zeit und wie hat man früher gelebt, wie hat man heute gelebt. Das wird so ganz kurz angerissen, wenn Anthony Mackie dann ja auch so mit der Kamera sich selbst filmt, um diese ganzen Selbstversuche zu dokumentieren und er spricht dann darüber und dann reiste ich in die Vergangenheit und dann sah ich da so einen Mann, der war wahrscheinlich so alt wie ich, sah aber gut 20 Jahre älter aus und unter was für furchtbaren Bedingungen erleben musste. Und da wurde mir klar, die Vergangenheit ist echt beschissen, Mann. So dieses Gefühl von wegen, ja, Leute leben heutzutage in dieser Retro-Manie, aber wenn man sich mal so Sachen ansieht wie Hygiene, Versorgung, Ernährung, da geht es uns doch heute um einiges besser. Und das sind alles interessante Themen, die werden nur ganz kurz gestreift, aber nichts Konkretes wird damit gemacht. Ja, es wird ja auch teilweise dann auch gerade in dieser Sequenz, wo er diese Regeln quasi herausfindet oder was mit diesen Pillen passiert oder wie diese Welt funktioniert, das wird ja auch sehr, ja, kann man sagen, komödiantisch alles dargestellt und das passt so überhaupt nicht zu Beginn des Films, das ja eher schon teilweise ins Arthaus reinrutscht und wirklich sehr Sci-Fi, High-Concept-mäßig daherkommt. Und dann kommt dieses, was ja auch schon ein bisschen Slapstick ist, was er da dann macht, so, ah ja, früher war es richtig scheiße eigentlich und jetzt probiere ich mal die Stelle aus und dann, also, das hat mir leider überhaupt nicht gepasst. Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber im Grunde hast du recht. Ich fand, ab dieser Stelle, stimmt, es macht so ein bisschen einen Bruch, ab dieser Stelle, wo er experimentiert, sich selber aufnimmt und sagt, ja, wenn ich mich dahin setze, dann gehe ich so weit zurück in der Zeit und so weiter. Das fand ich super spannend, weil da habe ich gedacht, jetzt geht es in die richtige Richtung, so Sci-Fi-mäßig und dann hat es das aber wieder nicht durchgezogen und stimmt, die erste Hälfte, die ist ganz anders, die ist visuell schon beeindruckend, muss ich sagen. Der Film ist teilweise schon ein Augenschmaus, die Effekte lassen sich auch sehen, aber der Stil ist am Anfang, wie gesagt, ein ganz anderer, da ist eher so ein düsterer Mystery-Thriller und am Ende wird es dann so ein, ja, teilweise auch ungewollt komischer Zeitreise-Film irgendwie, wenn man es so nennen mag. Ja, die Eröffnungssequenz, die fand ich wirklich grandios, die hatte mich sofort an der Angel. Du hast so ein junges Paar in einem Hotelzimmer, die nehmen dann zum Chronic ein und du hast ja dann das Gefühl, das sind Halluzinationen, weil du weißt ja noch nicht, dass die Pillen diesen Zeitreise-Effekt haben. Und dieser Mann hatte dann das Gefühl, der ist in der Wüste und diese Frau hat das Gefühl, sie ist im Dschungel und wird von einer Schlange attackiert und da war ich wirklich, wirklich begeistert, weil visuell wissen die beiden hier dieses Regie-Duo, über das haben wir doch gar nicht gesprochen, Justin Benson und Aaron Moorhead, die mit ihren Filmen mittlerweile auch so als Festival-Insider-Tipps gelten. Ich habe aber noch nie was von den beiden vor diesem Film hier gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ja, aber die beiden genießen eine Menge Vorschuss-Lorbeeren, da müsste man sich mal genauer mit denen befassen, was ihre vorherigen Werke waren. Resolution, Spring und The Endless, aber die sagen mir leider alle nix. Wir haben uns direkt danach, also am nächsten Tag, nachdem wir Synchronic gesehen haben und Spring angesehen und über The Endless habe ich auch schon mehrere Dinge gehört, in dem verwursten sie quasi noch Sequenzen aus einem vorangegangenen Film und weben den so in ihren neuen Film ein, dass man das so gar nicht mitbekommt. Deswegen wäre der wohl auch ganz interessant zu sehen. Aber wie war der Spring, wie fandst du den? Das ist mehr so eine Romanze, sage ich mal, die noch ein bisschen Creature-Feature drin hat, aber wirklich mit interessanten Twists drin, also kann man wirklich mal machen sonntags. Okay. Gut, gut. Um einen grundsoliden Film zu machen, das muss ich leider so sagen. Ja, weil er keine konkrete Richtung einschlägt. Ja, genau. Das fehlte einfach. Und dabei geben sich die Darsteller alle Mühe. Ich habe diese Freundschaft, die scheinbar schon seit Jahren da besteht zwischen Jamie Dorman und Anthony Mackie. Da wird ja an einigen Stellen auch gesagt, dass die beiden schon sich seit dem College kennen. Das war spürbar, das habe ich denen abgekauft, dieses routinierte Verhalten zwischen den beiden, das fand ich sehr gut. Und auch das mit Jamie Dorman und seiner Familie, das war alles sehr gut gespielt und die Dynamiken und die Chemie zwischen denen, das stimmte alles. Aber es fehlt halt wirklich dieses Was-willst-du-sein-Film. Das hat, die ganze Zeit habe ich mich das gefragt. Du hast diese tonalen Brüche die ganze Zeit zwischen Comedy und Drama und du hast dann eben diese nicht klar eingeschlagene Richtung in Bezug auf den Ton und das versaut doch hier so einiges. Ja, vor allem will er, wie gesagt, er weiß nicht, was er sein will. Zu Beginn will er so wirklich fantastisches Sci-Fi sein und später verkommt er, sag ich mal, ganz blum zu einer Telenovela-Dramatik, die dann auch nur einen zu Ende hinführen will. Sozusagen endlich mal einen Abschluss finden, aber sonst bleibt da leider nicht viel übrig. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier schon eine Menge Sachen zu dem Film gesagt und ich muss mal auf die Uhr gucken hier an der Stelle. Ich bin ja ganz dezent. Kurzes Fazit von dir, Christopher, dafür wäre ich dir schon sehr dankbar. Ja, du hast recht, weiter würden wir uns auch im Kreis drehen, weil da ist halt dieses eine Grundproblem und das macht halt den Film letzten Endes zu dem, was er ist. Ich würde sagen, ich gebe dem genau die Hälfte 2,5 von 5 Synchronic-Pillen, weil visuell haben diese beiden wirklich was drauf und sie wissen auch, gute Leistungen aus ihren Schauspielern rauszukitzeln. Aber das nächste Mal, wenn die beiden ein Skript schreiben, dann sucht euch eine Linie aus und bleibt dabei. Weil wenn es darum geht, verschiedene Genres und Plottelemente miteinander auszubalancieren, das ist nicht deren Stärke anhand dieses Films jetzt. Ich würde ihm auch 2 bis 2,5 geben, mehr nicht. Hui, ich bin 2,5 bis 3 sogar. Okay. Der wirkt noch ein bisschen nach, ich war ein bisschen, vielleicht als Erleichterung, dass es mal ein guter Film war. Damit deckt sich eure Wertung aber auf jeden Fall mit den sonstigen Wertungen, die ich hier auf die Schnelle finden konnte, die sich nämlich alle auch eher so im Mittelfeld aufhalten. Da gibt es mal einen nach oben, nach unten abweichend, aber letztlich haben wir scheinbar alle, die da draußen Kritiken schreiben oder Punkte vergeben, so eine ungefähr ähnliche Auffassung von diesem Film. Und da ist, glaube ich, jetzt auch der Moment gekommen, wo wir Christopher auch schon verabschieden können. Du hattest, glaube ich, noch weitere Termine heute und es ist uns eine totale Freude gewesen, mir persönlich auch, dass du dir heute noch die Zeit genommen hast, da ein bisschen drüber zu quatschen. Und dann werde ich jetzt mit den anderen beiden Jungs hier noch ein bisschen auf die weiteren Filme eingehen. Dankeschön. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der nächste Film, wir werden uns hier so ein bisschen nach dem Katalog quasi, nach dieser, ja einfach diesem Filmkatalog richten, der ist alphabetisch sortiert. Und da wir The Beast ja bereits besprochen haben, geht es hier direkt weiter mit Blood Quantum. Und Blood Quantum habe ich tatsächlich sogar selbst gesehen. Blood Quantum ist ein Film, der wird laut dieser Übersicht, die ich hier vor mir habe, auf jeden Fall als ein Horrorfilm, ein Apokalypse-Zombie-Bloody-Horrorfilm geführt. Und weil es nicht so viele Filme gibt, wo ich das tun kann, möchte ich mal versuchen, die Story zusammenzufassen. Wir haben ja letztlich als Schauplatz ein Indianer-Reservoir, ja, also eben in der Jetzt-Zeit. Also nicht die klassischen Indianer mit ihrem Zelt und ihrem Tipi, sondern eben einfach quasi indogene Stämme. Und die leben da ganz normal vor sich hin, haben da ganz normale Jobs irgendwo in den Staaten. Und plötzlich... In Kanada ist das, glaube ich. In Kanada, okay. Eines Tages ist da auch ein Fischer unterwegs und der merkt, dass obwohl er die Fische, die er gerade gefangen hat, im Moment ausgenommen hat und da so ziemlich nichts mehr drin ist in den Fischen, ließe sich noch bewegen. Und siehe da, Trommelwirbel, es entspinnt sich ein Zombiefilm. Ein Film, in dem Menschen von Zombies gejagt werden und sich zurückziehen in kleinere, sichere Behausungen und dort gegen, ja, letztlich sich so ein bisschen dieser Zombie und dem Überleben widmen müssen, dieser Zombie-Apokalypse zu wehrsetzen und sich eben mit dem eigenen Überleben, ja, beschäftigen. Und natürlich, wie das so ist in kleinen Gemeinschaften, ist da auch nicht alles rosig und es gibt immer Leute, die extrem stänkern und sogar ganz extrem stänkern, sodass das hier letztlich ein wirklich sehr blutiger Film geworden ist, der aus meiner Sicht zum Beispiel auch ein bisschen den Fokus verschiebt. Ganz zu Beginn steht im Fokus eher so der Sheriff, ein großgewachsener Mann, der da auf jeden Fall die ganze Region im Blick hat, der Ansprechpartner für alle ist und der dafür Zucht und Ordnung sorgt. Und dann verschiebt sich so im Laufe des Films Stück für Stück auf andere Familienmitglieder, denn es geht im Wesentlichen um seine Familie, der Fokus. So ist meine Wahrnehmung. Habt ihr da noch irgendwas zu ergänzen, Jungs? Ne, war eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also es ist ja ein Zombie-Apokalypse-Film, der allerdings auch so Familien-Soap-Elemente hat, so ein bisschen. Und in diesem überschaubaren kanadischen Gebiet, also was jedenfalls von der Einwohnerzahl überschaubar ist, aber sehr weitläufig ist, das war schon auch ein interessantes Setting mal für so eine Zombie-Apokalypse. Und er ist durchaus blutig, also Gorehounds werden auf ihre Kosten kommen. Aber gut, was die Handlung betrifft, da glaube ich ist auch nur Luft nach oben. Ja, und was die Tele-Soap angeht, schauspielerisch bewegen wir uns da auch auf einem ähnlichen Niveau. Gerade der angesprochene Offizier ist Michael Grey Eyes, wie sein richtiger Name lautet, der wirklich so hölzern spielt und seine Lines so dermaßen schlecht abliefert, dass es schon ein kleines Highlight ist. Also ich habe mich persönlich sehr gefreut, immer ihn zu sehen, wenn er einen kleinen One-Liner, also mehr sagt er auch im Endeffekt gar nicht, wieder raushaut und dann wieder von der Bildszene verschwindet. Aber ja, das war sonst, wie du schon sagst, für Gorehounds kann man das schon machen, die Effekte sind ganz nett, aber was die Story angeht, da hat man in anderen Apokalypse-Filmen schon Besseres gesehen. Du meintest jetzt den Sheriff, den indianischen, der spielt halt so typisch indianisch, so dieses im positiven Sinne gemeintes Hölzer, weil die ja immer so ein bisschen so ein Stoneface haben, aber das macht er ganz gut und deswegen fing der Film eigentlich sehr vielversprechend an, weil diese Figur war durchaus interessant, auch mit den familiären Problemen und so. Und dann fährt er zu seinem Vater, dem Fischer und dann merkt er, oh, die ausgenommenen Fische, die zappeln noch und der eigentlich schon getötete Hund macht auch noch Lärm im Kofferraum und so. Und so hat es schon schön angefangen. Ja, vor allem, er hat auch ein sehr starkes Pacing, er geht direkt ran, wir haben am Anfang die Eröffnung, wie du schon sagst, mit den ausgenommenen Fischen und dann fährt er direkt zu seinem Vater, wo sich quasi dieses Geheimnis auftut und sie merken, die Toten erwachen wieder und dann geht es direkt los. Das ist wirklich auch mal sehr erfrischend. Aber das Problem, was ich dann hatte, war dann, dass sie diesen billigen Sprung machen mit der Einblendung sechs Monate später. Ja, ja. Und dann, ab dann kippt der Film. Ja, und dann wird er nämlich sehr generisch. Ja. Aber nicht im positiven Sinn. Das ist genau mein Punkt. Im Gegensatz zu euch habe ich wahrscheinlich einen Bruchteil nur von Filmen dieser Art gesehen. Ich kenne letztlich zum Beispiel die Comics der Walking Dead Serie und natürlich die ersten zwei, drei, vier, fünf Staffeln von The Walking Dead. Aber da war jetzt nichts dabei bei diesem Film, was irgendwie wirklich besonders heraussticht. Also klar, es gibt Dramamomente und es ist klar, dass da nicht nur Zombies gegen Menschen, sondern auch Menschen gegen Menschen kämpfen. So viel darf man an der Stelle erwarten und dass da natürlich auch dramatische Szenen bei rauskommen. Aber das ist nichts, was ich in irgendeiner Form nicht schon mal irgendwo anders auch schon mal irgendwie gesehen hätte. Und vor allem finde ich, dass dieser komplette Aspekt mit den Indianern, das ist also letztlich völlig egal. Also ich meine, klar, der Großvater kann scheinbar ganz gut mit seinem Katana, aber das hätte eben dann scheinbar auch irgendwer sein können aus, keine Ahnung, Japan oder so. Das hätte jetzt kein Indianer sein müssen. Und ansonsten ist das mega generisch. Was ist das Besondere? Gibt es irgendeine Szene, irgendwas? Okay, ich meine, ich meine, ich bin schon klar und das werde ich jetzt nicht spoilern, welchen Vorteil das in dem Fall hat, dass es Indianer sind, dass es gerade diese Indianer sind. Aber das hätte echt wirklich jede andere Bevölkerungsgruppe auch sein können, oder? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ein riesen Zombie-Fan. Also es ist eigentlich fast eines meiner Lieblings-Film-Genres. Ich schaue da fast alles, was es da so gibt. Und in der Hinsicht hat der Film leider auch wirklich enttäuscht. Wie gesagt, er fängt interessant an. Das Setting mit diesem Indianer-Reservoir, das war schon neu. Okay, ja, aber das haben sie dann auch nicht durchgezogen, das eben als Vorteil zu nutzen, sondern dann geht es generisch eben weiter, dass ja, Menschen kämpfen gegen Menschen und natürlich ist diese Bedrohung auch immer da und dann verliert sich der Film auch plötzlich in so Plänkeleien. Nein, da ist diese Szene ja an diesem Lagerfeuer oder an diesen brennenden Tonnen, wie sie dann ja in der Apokalypse benutzt werden, die irgendwie gefühlt zehn Minuten gedauert hat, wo nur gelabert wird und nur zusammenhangloses Zeug und die ganzen Motivationen mancher Leute hat man dann auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Und am Schluss war alles so, also gerade die Schlussszene, wo ich gesagt habe, auch schon hundertmal gesehen. Also Entschuldigung, hat mich sehr enttäuscht der Film. Mir fällt gerade noch ein, ganz kurz, ich will es noch einschieben. Zwei, dreimal sehen wir ja animierte Kurzszenen. Es gibt einen Bösewicht und der kriegt in diesen Animationen so eine Art mystischen Touch, wird so ein bisschen vielleicht, ja, kriegt er sich wie so eine Art Geist, zumindest im Ansatz dargestellt. Das sehen wir zwei, dreimal in diesem Film, aber es ist völlig egal, was hat überhaupt, es passt, es ist nett, sag ich mal, aber es hat eigentlich jetzt keinen Mehrwert. Und das wäre was, wo man so ein bisschen dieses Indiana-Ding hätte mit einbauen können, aber meines Wissens, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der irgendwann sich herauskristallisierende Antagonist eigentlich auch Teil dieses Stammes war. Oder mehr so ein zugezogener, ja, das wir auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, das war leider echt auch verschenkt. Ja, also es war, wie gesagt, der Kategorie schade, wieder mal der Film. Ja, und um nochmal auf diese Indianer-Thematik zurückzukommen, es war ja, im Endeffekt wird das so als plumpe Metapher genutzt, um zu zeigen, ja, dieser Rassenkampf von Indianern, von Ureinwohnern und Amerikanern wird ja dann dadurch auferarbeitet. Aber das auch so plumpe Art und Weise, dass ich, ja. Okay, ich glaube, ich habe alles gesagt zu dem Film. Ja, erstmal, man kann nur sagen, der Regisseur war ein Jeff Barnaby, weiß nicht, was der schon vorher gemacht hat. Nicht viel, ich habe gerade geschaut, das ist eher ein wenig, der hat so Dokumentationen gemacht und Kurzfilme. Es ist nicht die Welt. Der Film dauert 96 Minuten und das war für mich gefühlt zu viel, weil ich habe mich echt danach gesehnt, dass er endlich vorbei ist und, ja, wie gesagt, ich war ziemlich enttäuscht als Zombie-Fan von dem Film, weil der echt auch wieder eigentlich alles hatte, was es gebraucht hätte. Die Gore-Effekte waren eigentlich ordentlich, die Darstelle war nicht ordentlich, das Setting, aber im Endeffekt hat das Drehbuch wieder enttäuscht und deswegen kriegt er auch nur zwei von fünf Punkten von mir. Genau. Ähnlich sieht es bei mir aus, das werden auch nur zwei magere Punkte. Ich habe, zwischendurch bin ich auch mal eingeschlafen, weil es wirklich so generisch und... Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also es war, man muss leider sagen, dieses Festival bin ich relativ oft eingeschlafen, muss man sagen, weil an Stereotypen wurde hier alles abgefeuert und man konnte wirklich die Beats mitzählen. Deswegen, ja, zwei von fünf nur. Bei den zwei von fünf schließe ich mich an, kann das voll und ganz bestätigen. Also wenn man nichts für so ein Ticket zahlt, ne? Wenn man an dieser luxuriösen Presse-Position ist. Oder eine Dauerkarte hat. Oder eine sexy Dauerkarte hat, genau. Dann ist es schon okay. Es ist einer von diesen Filmen, wo ich letztlich immer wieder sage, und dieses Fazit ziehe ich ziemlich oft bei diversen Filmen, ey, mit drei, vier Bier und einer Handvoll Kumpels ist das mega cool, weil es halt einfach ein Splatter-Film ist, aber... Nee, bei dem nicht. Da gibt es andere Wahl. Da hatte ich auch schon ein paar Bier drin, aber hatte keinen Spaß. Okay. Alles klar. Das zu unserer Meinung zu Blood Quantum. Wir gehen weiter in der Liste. Und zwar geht es weiter mit Death Samba. Code 8 überspringen wir, weil wir den quasi schon ausgiebig besprochen haben. Was ich übrigens sehr schade finde, weil es ein Highlight war, des Festivals, meiner Meinung nach. Das können wir ganz am Ende nochmal in einem Kurzfazit von euch beiden auf jeden Fall auch nochmal mit einbauen, was ihr so auf jeden Fall auch kurz zu den anderen Filmen sagen würdet. Und Death Samba war einer von diesen Filmen, den ich unbedingt eigentlich sehen wollte, weil da gab es auch ein bisschen PR drumherum. Aber, und wir hatten sogar auch Regisseure und es sind ja mehrere und auch Produzenten hier in Frankfurt gehabt, die so ein bisschen Rede und Antwort standen im Q&A nach dem Film. Leider konnte ich da nicht rein und bin deswegen besonders gespannt, was ihr zu Death Samba zu erzählen habt, der ja eine Gesamtlaufzeit hat von 2 Stunden 25, ein Horrorfilm ist und von Lazar, Bodroza und BJ Colangelo ist. Weißt du Bescheid? Das ist ja eine deutsche Produktion eigentlich, sollte man dazu sehr sagen. Ah ja, okay, erzähl mal. Ja, es ist eine Kurzfilmsammlung, ähnlich wie diese ABCs of Death vielleicht, die auch kurz erwähnt werden sogar in dem Film, falls man die kennt. Also es sind so 24 Horror-Adventstürchen, eigentlich sogar mehr, wenn man nach dem Nachspann noch sitzen bleibt, mit eben Kurzgeschichten, so Horror-Kurzgeschichten, die sich um Weihnachten drehen, von unglaublich vielen verschiedenen Regisseuren. 27 RegisseurInnen aus Elf Nationen, darunter auch so Namen wie Ruggiero Deodato, der ja durch einen der skandalösesten Filme der Horrorfilmgeschichte bekannt wurde, nämlich Nackt und Zerfleischt, a.k.a. Cannibal Holocaust. Und wie gesagt, jeder von diesen Regisseuren bekommt ein Türchen und darf einen kleinen Kurzfilm zum Thema Weihnachten präsentieren. Ja, und wie es immer bei dieser Art von Filmen ist, ist leider alles immer recht durchwachsen. Also du hast da ein paar sehr tolle und du hast leider auch viele nicht so tolle. Und ich muss sagen, die Ausbeute bei diesem Film war leider erschreckend mager. Von diesen insgesamt eigentlich 27 Filmen oder unter 26, haben mich jetzt vielleicht fünf so ein bisschen begeistern können. Der Rest war so lala und die meisten waren für mich so daneben. Das war da teilweise so wieder verkopfte Arthouse-Kunstkacke, um es mal böse auszudrücken. Und es gibt so viele tolle Kurzfilme und da waren so viele nicht so tolle dabei. Also ich kann den Film leider nicht empfehlen. Ja, das ging uns leider auch so. Wir hatten immer die Hoffnung, man hat ja sozusagen im Schnitt alle sechs Minuten die Zeit, sich neu zu verlieben. Das war so mein Spruch. Aber diese Zeit, das hat Stunden gedauert gefühlt. Also der Film hat sich auch gezogen, jedes einzelne Türchen. Und das Problem war, dass teilweise nicht mal die Grundidee interessant war, sondern es einfach nur auf einen relativ inspirationslosen Kill hinaus lief. Und wie du schon sagst, da gab es vielleicht vier, fünf gute Filme, gute wirklich Kurzfilme, die auch ihre Idee in dieser kurzen Zeit gut umgesetzt haben. Aber sonst ein Großteil war wirklich einfach nur Kraut und Rüben. Okay, klingt, als könnte man da eigentlich relativ schnell einen Haken dran machen. Gibt es denn irgendeine Story, die jetzt wirklich gut war, die ihr jetzt noch kurz erwähnen wollt, weil sie euch irgendwie vielleicht besonders gefallen hat im Sinne von, dass sie mal was Neues bot? Die einzige richtig gute fand ich diese Knetmasse-Figuren-Story. Die war auch von einem deutschen Regisseur, glaube ich. Und die war auch ziemlich heftig. Da geht es eben um pädophile, vergewaltigende Knetmassenpriester, die dann aber natürlich ihre gerechte Strafe kriegen am Schluss. Der war schon ziemlich grafisch, ziemlich hart, aber auch sehr, sehr lustig und nett gemacht und war was anderes. Und die meisten anderen Filme, das waren da, haben sie teilweise auch nur versucht, so einen Gag reinzupacken, wo am Schluss so ein Gag wie so ein Sketch ist, der dann so horrormäßig eben um Weihnachten sich dreht. Und das Ganze hat a, nicht funktioniert und b, war es mir einfach zu wenig. Und deswegen hat man eigentlich bei jedem Türchen immer gesagt, da sind wir erst bei Türchen 16, geht das noch ewig weiter. Puh, jetzt rufst du mich immer hart mit den Knetwiguren, weil den fand ich unter anderem schrecklich. Ja, das ist ja das Schöne, dass bei so einer Auswahl jeder so was anderes gut findet. Aber insgesamt fanden wir es halt beide nicht gut. Ja, das stimmt. Also wirklich, ich würde es auch Deathsamer leider nicht empfehlen, dass ein, zwei Dinge mit einem Gag ganz gut verbunden sind, aber sonst zum Beispiel diese eine Geschichte, in der es darum ging, einen im Sterben liegenden durch Gesang am Leben zu halten und dann durch verschiedene Zeiten der Wochen zu gehen, dadurch, dass die Leute einfach so lange schon singen. Das war ganz lustig, auch von der Inszenierung her sehr hochwertig, aber ja, mehr als fünf Minuten hält das auch nicht. Ja, da gab es am meisten Applaus auch, weil der war sehr aufwendig gemacht und schon irgendwie interessant, aber das war auch sehr, so ein bisschen Arthouse-mäßig, finde ich. Also so eine richtige Story hat sich jetzt auch nicht erzählt. Und ja, auch von Ruggiero Deodato, das war auch nur so ein billiger Gag eigentlich, mit ein bisschen Blut drin. Also insofern, da kann man auch einen Haken dran machen. Alles klar. Definitiv. Die Kollegen von Kinozeit.de schreiben in ihrer Überschrift 24 Türchen Mittelmaß und das wäre, glaube ich, auch das Fazit, dass man zu diesem Film ziehen kann, wenn man euch genau gelauscht hat. Deswegen würde ich hier auch bei 24 Einzelfällen jetzt mal auf eine konkrete Bewertung verzichten. Ich denke, Mittelmaß ist Mittelmaß. Ja, so ist es. Also ich kann den Film einfach nicht empfehlen. Schlusspunkt. Schließe ich mich an. In der Liste hier kommt dann der Film Disappearance of Clifton Hill. Den habe ich ebenfalls nicht gesehen. Er hat eine Laufzeit von exakt 100 Minuten und kommt von Regisseur Albert Schin. Das ist auch alles, was ich beitragen kann. Jungs, erzählt mal, wovon handelt denn Disappearance at Clifton Hill? Ich kann mal aus dem Heftchen, aus dem Festival-Heftchen vorlesen. Zurück am Ort ihrer Kindheit in Niagara Falls will Abby endlich die Entführung aufklären, derer sie als Mädchen Zeuge wurde. Aber gab es die überhaupt? Niemand nimmt die notorische Lügnerin die Geschichte ab. Also ermittelt Abby auf eigene Faust. Also spielt auch wieder in Kanada, wieder stark vertreten. Und ist ja so ein ruhiger Mystery-Krimi, sag ich mal, mit durchaus interessanten Darstellern. Unter anderem David Cronenberg. Der ist ja Kanadier in einer relativ prominenten Rolle sogar. Also nicht nur in Camille. Und ja, geht es eben darum, diese Entführung, die eben Abby als Kind zu sehen geglaubt hat, da irgendwie aufzuklären. Und dann ermittelt sie und stößt da auf diversen Widerstand von den Dorfmagnaten zum Beispiel. Und ja, dann steuert es eben auf ein Ende zu. Und welches das ist, will ich natürlich nicht spoilern. Hier steht der Wert, das ist immer so in dem Programmheft zum Fantasy Filmfest, beziehungsweise eben der Katalog, den wir gerade vor uns haben. Da stehen immer so Schlagworte, wie man den Film so ganz grob einordnen kann. Unter anderem steht hier Dark und Thrill. Also ich erwarte was Düsteres. Etwas auch mal mit so ein bisschen entsprechend auch Musik, die in dieses Thriller-Ding reinpasst. Mike, kriege ich das geboten oder irgendwie so gar nicht? Also ich würde, Dark würde ich schon unterschreiben. Dadurch, was allein durch die Thematik geboten wird, durch diese, ich glaube, Entführungsthematik, kann man das nennen. Aber einen sonderlichen Thrill habe ich jetzt nicht empfunden. Also er hat am Anfang ganz gutes Pacing auch wieder. Die Geschichte zieht einen sehr schnell in den Bann, auch durch die Inszenierung. Die Niagara-Fälle sind schön inszeniert, der Ort an sich auch. Und das wird auch super durch einen schönen Score untermalt. Bloß späterhin, er verliert sich immer weiter in sich selbst, in dieser Auflösung des Falls. Und die dann auch letztendlich leider auch nicht besonderlich spannend ist. Also der Thrill-Faktor, den sehe ich da leider nicht drin. Kann ich genau unterschreiben. Thrill hat da eigentlich nichts zu suchen in der Beschreibung. Also ein klassischer Psychothriller oder Psychothriller-Elemente sind da eigentlich nicht drin. Ja. Und er wurde auch in München mit den Worten angekündigt, dass hier die Location quasi im Vordergrund steht. Und da muss ich leider auch sagen, tut mir leid, das ist leider auch wieder aus dem Generik-Pott gegriffen. Ja, also Niagara Falls, wo die Niagara-Fälle ja sind, ist jetzt nicht wirklich da die Hauptfigur und auch nicht wirklich interessant dargestellt. Hat vielleicht so ein bisschen von der Stimmung her ein bisschen was Neo-Noir-lastiges, aber auch nur so leichte Anleihen. Aber leider, wie gesagt, in den 100 Minuten, die er spielt, kann er das nicht durchhalten. Am Anfang wirklich sehr schön, baut ein bisschen Spannung auf, aber ist leider auch sterbenslangweilig. Deswegen von mir auch nur zweieinhalb Sterne. Ja, also ich finde, er fängt auch gut an. Die Grundidee auch wieder ganz gut, die Darsteller solide. Ich finde auch diese Idee, dass die ja so eine notorische Lügnerin ist. Deswegen glaubt ihr keiner das, was sie zu sehen geglaubt hat. Und dann sie da ja selber eben ermittelt und versucht, das Puzzle zusammenzufügen. Das kommt tatsächlich auch als Text vor. Du musst das Puzzleteil finden und so. Aber im Endeffekt ist dieses Puzzle, was dann zusammengefügt wird, nicht wirklich befriedigend. Also die Auflösung ist ziemlich Banane und irgendwie verwirrt es dann auch am Ende. Und es ist nicht so eine wirklich tolle Krimi-Geschichte oder Mystery-Geschichte, die sich dann am Schluss da herauskristallisiert. Und das war sehr schade, weil ja, das wäre eigentlich auch wieder interessant gewesen, diese Story, die einsame Ermittlerin, die dann gegen alle Widerstände einen Skandal aufdeckt oder so. Aber ja, da war die Geschichte einfach nicht gut genug. Die war irgendwie Banane und irgendwie hat sie mich überhaupt nicht mitgerissen. Deswegen auch nur zweieinhalb Punkte von mir. Okay, alles klar. Ein Film zum Vergessen. Ja, kann man ganz gut mal wegschauen, aber ist einfach nichts Besonderes. Tut nicht weh. Weiter geht's mit einem Film, wo ich echt nicht so genau wusste, wie der eigentlich heißt, weil er wird mal als Fury geführt, wenn man den im Netz googelt. Ist ein französischer Film und ich habe ihn gesehen unter dem Titel Get In, so wird er, glaube ich, auch auf der Internetseite angekündigt. Und das war ein ganz klassischer Thriller mit leicht, ganz leicht surrealen Ansätzen, aber die würde ich eher noch auf so einen Drogenaspekt reduzieren können. Und da bin ich ja sogar mal in der Lage, was zu erzählen. Denn es geht um eine junge Familie, die scheinbar eine längere Auszeit hatte. Und im Rahmen der Auszeit haben eben der Vater und Mutter und das Kind, das wird, keine Ahnung, nicht ganz zehn sein, die haben eben jetzt wieder großen Urlaub gemacht und haben für diese Zeit der Auszeit ihr Haus untervermietet. Jetzt müssen sie scheinbar relativ vorzeitig, weiß ich nicht genau, zurück nach Hause und brechen ihren Urlaub quasi ab. Ich glaube, die kommen ganz normal zurück. Ja, kommen ganz normal. Das ist ja quasi so ein Sturm irgendwie und das schien mir so, als könnten sie da jetzt nicht mehr sein, wo sie waren. Ach so, ich dachte, die kommen einfach zurück und dann, naja gut, aber vielleicht ich mich auch. Ist jetzt auch nicht der, sag ich mal, entscheidende Aspekt in diesem Film. Die wollen halt eben jetzt nach Hause, stehen vor ihrem Haus, vor dem großen Tor, ist ein schönes Anwesen und kommen da nicht mehr rein. Die klingeln auch und wollen dann eben jetzt da rein. Ja, und es scheint so, als hätten die Leute, denen sie ihr Haus untervermietet haben, das ist eben die, glaube ich, Babysitterin gewesen, die sich in vieler Zeit um das Kind gekümmert hat. Die sind scheinbar da jetzt ziemlich fest in diesem Haus drin, haben auch gar keinen Bock drauf, die alten Leute wieder reinzulassen und haben scheinbar auch Rechnungen bezahlt, haben irgendwelche Umschreibungen vornehmen lassen, so dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sagen kann, wer eigentlich Eigentümer dieses Grundstücks und des Hauses ist. Was es der Familie, unseren drei Protagonisten, nahezu unmöglich macht, da erst einmal legal wieder reinzukommen und es beginnt ja letztlich auch so ein bisschen ein Tanz mit den Behörden, mit den Anwälten und eben auch ja, letztlich den lokalen Public Administrations, also der öffentlichen Verwaltung, wo man sich quasi dann so zurückkämpfen will. Aber das ist nur der Aufhänger des eigentlichen Films, denn recht schnell gibt es den Moment, wo er, er, also unser Protagonist, der hat übrigens auch einen Namen, ich glaube, es war Paul, genau, Paul, wo der auch echt alles tun würde, um wieder in dieses Haus reinzukommen und dafür auch durchaus Sachen hinnehmen würde, die, naja, halt eben einfach blutig sind, ist halt, hallo, willkommen beim Fantasy Filmfest und das Ganze ist halt dann noch versponnen mit so ein bisschen eben Geschichten, die seine Frau zu erzählen hat, dann gibt es noch einen Typen, der, wenn man so will, also der ist eigentlich erstmal, ist der nichts anderes als der Typ, der den, äh, der Campingplatz gehört, auf dem die dann zwischen hausieren und der eigentlich schon erstmal einen ganz netten Eindruck macht, aber über den man im Laufe des Films auch noch eine Menge Sachen mehr erfährt und wir haben hier jetzt einen Thriller, in dem Menschen versuchen, in dieses Haus zurückzukommen und die Menschen, die im Haus sind, gar keinen Bock darauf haben und das Ganze dann durchaus auch so ein bisschen absurd wird mit dann, gen Ende auch einem auf jeden Fall blutigen, verhältnismäßig krassen Finale. Das glaube ich, möchte ich so zu dem Film sagen. Verhältnismäßig, ich möchte es gleich wieder relativieren. Jungs, habe ich noch was vergessen? Ich würde jetzt nicht, ne, ich glaube nicht und man merkt schon, dass es sehr viel ist und so fühlt sich der Film leider auch an. Er hat, also, da werden so viele Story-Aspekte versucht, reinzubringen, das aber am Ende nie funktioniert. Am Anfang muss man erstmal über diese Hürde hinwegkommen, dass man, dass diese Familie nicht mehr in ihr eigenes Haus kommen kann, wie auch immer. Irgendwann nach 30 Minuten findet man sich auch damit ab. Nur, werden da noch Aspekte reingebracht, von wegen, äh, seine Männlichkeit beweisen, weil der Vater, äh, bringt es im Bett nicht mehr und, äh, schafft es nicht, sein eigenes Haus wieder zurückerobern, äh, zu erobern. Wird dann vom Ex-Lover seiner, seiner Freundin, ähm, seiner Frau als Freund, äh, als neuen besten Freund angesehen und er versucht ihm dann da irgendwie zu helfen und so weiter und man denkt zuerst, dass sowas quasi eine Szenerie aufgebaut wird, wie in The Beast vom, vom angesehenen Lehrer, der der Vater ist, äh, trifft er der ab zur Furie, daher wahrscheinlich auch der ursprüngliche Titel, was dann aber letztlich nie aufgegriffen wird und in dem Film am Ende nochmal eine Kehrtwende nimmt und einen komplett anderen Aspekt mit einbezieht, um, äh, das Finale auszulösen. Ja, das, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, es ist, man ging tatsächlich gegen jedem so, gegen jedem so im Kino, glaube ich, also was ich so gehört habe, so von den Leuten, wie sie sich unterhalten haben nach dem Film, äh, war das genau das, was alle so gefühlt haben, also erstmal war es auch zu lang, ähm, ich will aber nochmal auf das Grundsetting zurückkommen, wenn man das so ein bisschen für unglaubwürdig nämlich hält, äh, meine Eltern wohnen in Italien und die haben dann tatsächlich von einer Bekannten, die Story gehört von einer, die auch in Urlaub war und zurückkam und dann war die rumänische Putzfrau da plötzlich mit der Familie drin, ähm, weil die ja den Schlüssel hatte und die haben die tatsächlich nicht mehr rausbekommen, weil die ein kleines Kind drin hatten und dann ist es laut Gesetz in Italien, das wird in Frankreich nicht viel anders sein, kannst du da keine Zwangsräumung machen, sobald da Kinder im Spiel sind und die, die kamen nicht zurück in ihren Wohnungen, jedenfalls für ein paar Jahre oder so nicht und, ähm, das ist tatsächlich so, dass sowas passieren kann, deswegen fand ich das eigentlich schon eine recht spannende Geschichte und natürlich dann auch die Frage, was würdest du tun und, äh, der, der Mann, der Paul, der ist ja auch Lehrer und da eher so ein bisschen so ein Weichei, der Pädagoge, der wird auch immer Le Proff genannt von den Leuten und so und, ähm, dann dachte ich, eigentlich gibt es eben auch so eine Verwandlungsgeschichte, weil er dann eben von diesem, äh, taffen Typen da, der den Campingplatz betreut und der Ex-Lover ist von seiner Frau unter die Fittiche genommen wird, dass der dann so ein bisschen taff gemacht wird, das sei ein Mann und hol dein eigenes Heim zurück, aber diese Verwandlung, die ich mir immer gewünscht habe, die findet im Grunde nie so richtig statt. Bis auch am Ende in einer Szene und die ist so unbefriedigend, dass man sich schon angewidert wird. Aber auch so lange hin, dass die Leute einfach immer nur so, oh, ich kann dieses Weichei nicht mehr sehen, gesagt haben. Äh, und wenn ich mir zum Beispiel jetzt als Vergleich Death Sentence nimm mit, ähm, mit Kevin Bacon, wo ja auch so eine Transformation stattfindet, da war das einfach schön geradlinig und du hast genau gewusst, ja, okay, jetzt ist diese Grenze überschritten und jetzt passiert's. Aber bei dem Film, da hat sich das so lange hingezogen und dann am Ende kam eben so eine Art Twist, dass dann plötzlich andere die Bösen sind und dann gibt's noch so einen Showdown, aber da war für mich der Zug schon abgefahren. Da hab ich gesagt so, nee, Leute, jetzt nicht mehr. Also. Das ist echt ein bisschen schade, ja. Auf jeden Fall. Ja, da werden auch nochmal alle Stereotypen aufgegriffen. Also jetzt gehen wir zurück auf die guten alten Thriller-Fade hier altbekanntes. Macht, was ihr wollt. Ja. Auch du hattest jetzt gerade schon mal angedeutet, ich will gar nicht zu viel dazu sagen, aber du hattest gemeint, dass letztlich dann irgendwann die Antagonisten jemand anders ist und das fand ich echt mega schade, weil, also keine Ahnung, wir lernen, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber letztlich hab ich mit den Leuten echt lange mitgefiebert. Also andersrum, ich fand die sogar relativ sympathisch eine ganze Zeit lang, so krass die vielleicht auch drauf sind und dann irgendwann gibt's diesen Twist, okay, der ist dann meinetwegen auch in Drogen begründet, meinetwegen, ja, okay, wobei ich das so in der Form auch nicht tolerieren kann und ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich fand das dann, ich fand das echt cool, also, weil es hätte echt funktionieren können, dass er, der Paul, dann dadurch nochmal so zum Freigeist wird, er wird ja dann unter anderem, schwingt ja dann auch noch diese Rassismus-Thematik mit, er wird von einem anderen, von einem schwarzen Studenten als Oreo bezeichnet, also jemand, der nach außen hin schwarz ist, offensichtlich und aber eigentlich inzwischen so indoktriniert ist, dass er eigentlich wie ein Weißer behandelt werden muss, weil er auch so denkt. Drinnen ist er weiß wie ein Oreo-Cookie. Also ein Schwarz in den Weißen. Genau. Das fand ich eine schöne Beschreibung, also. Und all das ist schade, ich meine, wir sehen typisch für französische Filme relativ viel nackte Haut, ja, das ist irgendwie gefühlt, das muss, mein Klischee für französische Filme ist, dass die alle polyamor unterwegs sind, also quasi jeder mit jedem ein bisschen und dann letztlich auch irgendwie immer noch Ex-Freundinnen und Ex-Freundinnen eine Rolle spielen und so, okay, Haken dran, das sehen wir natürlich auch, aber so ein bisschen. Ist auch ein belgischer Film übrigens, ja, okay. Belgisch-französische Produktion. Aber auch dieses Thriller-Ding, also, ich sehe nicht so viele Filme dieser Art, aber da war für mich auch irgendwie nichts Neues dabei. Es waren jetzt keine krassen Schockmomente dabei. Ich hätte mir noch sehr viel mehr von diesem absurden Zeug vorstellen können, also gerade wenn es dann so ein bisschen auch in Halluzinationen geht oder so, da hätte ich mir noch mehr gewünscht, auch mehr, was, also irgendwas, was drüber hinausgeht, dass man sagt, okay, die haben jetzt alle irgendwas eingeschmissen und ab jetzt drehen sie frei, das ist mir dann zu wenig. Also da, da muss irgendwie noch ein Grund da sein, weil ich habe über lange Zeit nicht gesehen, warum die jetzt so frei drehen. Drehen die einfach nur frei, wollen die gerne Party machen und wollen die gerne ihre Videos auf YouTube stellen, was auch nicht wirklich glaubhaft ist. Das war mir zu wenig. Ne, weil das Drehbuch einen Showdown brauchte und diese Eskalation am Schluss, die war so unglaubwürdig, einfach wie nur irgendwas, dass dann auch keine Polizei auftaucht und nix, also ne, ne, ne. Das habe ich nicht verstanden, da ist irgendwann der Moment, da will jemand die Polizei rufen und Paul macht, ja, Paul macht nix anderes als so dumm. Sagt ihr, ich übernehme das und dann geht's, ne, geht's über die Hose natürlich, aber. Okay, Haken dran. So, gut, kriegt von mir zwei bis 2,5 Punkte. Ich bin eineinhalb bis zwei, also ich habe mich da wirklich geärgert, das war schlimm. Die Öffnung ist super, es gibt auch schöne Kamerafahrten, aber das war's. Nein, danke. Ja. Zum Vergessen, leider. Leider, aber sicher, ich kann mit dem Anfangssetting gar nix anfangen, ich habe mich wirklich schwer getan damit, dass sie nicht wieder in ihr Haus reinkommen. Ich kann auch nicht verstehen, wie zwei Personen, die einen Vollzeitjob haben, finanzielle Probleme haben, mal eben eine Woche oder zwei in ein Hotel zu gehen und dann wirklich gucken, wie sie, also das wirkte teilweise so, als würden sie am Existenzminimum leben, das kann ich einfach nicht, das nicht nachvollziehen. Da habe ich mich schwer getan mit, diese Geschichte mit dem, naja, geil, also dass man da nicht wieder in sein Haus kommt, finde ich mega skurril. Ja, wie gesagt, habt ihr ja erzählt, es gibt tatsächlich solche Storys. Ja. Wenn dem so ist, tut mir besonders leid. Also, zwei von fünf Punkten kann ich da auf jeden Fall auch geben. Das ist unsere Meinung zu Get In, übrigens auch wieder so ein Film von einem Regisseur, der noch nicht viel weiteres gemacht hat bis jetzt. Weiter geht's mit einem Film, den nur der Mike gesehen hat, nämlich Gundala und eigentlich fand ich das Anfangssetting schon ganz interessant, denn hier geht's scheinbar um einen Superhelden. Wovon handelt eigentlich Gundala, Mike? Ja, und zwar Gundala ist der Eröffnungsfilm eines indonesischen MCUs, kann man so sagen, das ICU. Vielleicht. Es handelt von Sanjaka, der in der großen Stadt Jakarta lebt, sein Vater wurde ermordet, seine Mutter hat ihn verlassen und er ist ein bisschen auf sich allein gestellt, muss in der Stadt überleben, kommt dann natürlich mit Gangs und Banden aneinander, wird öfter verprügelt, wird dann aber von einem Unbekannten gerettet, bekommt von ihm, ja, sag ich mal, Kung Fu, Karate, was auch immer, beigebracht, einfach um sich selbst in dieser gefährlichen Welt zu beweisen und von ihm auch den Rat an die Seite gebracht, dass er sich immer aus dem Leben anderer heraushalten soll. Diesen Satz oder diese Weisheit nimmt er sich zu Herzen und auf dem Weg zur Arbeit sieht er rechts und links wie die Leute verprügelt werden, ausgeraubt werden, er zieht aber von dannen und, ja, lässt die Sachen sozusagen geschehen. Eines Tages gerät er aber doch in diese Bandenthematik hinein, dadurch, dass die ganze Stadt eben davon überlagert ist von Gangs, von Mafiabossen und so weiter und entdeckt dadurch auch eine gewisse Kraft, die in ihm lebt. Mehr dazu möchte ich jetzt vielleicht nicht sagen für diejenigen, die den, die Gundala oder Sanjaka eben nicht kennen, denn dieser Film bietet sehr viel beziehungsweise er erklärt sehr viel, sagen wir so. Er ist quasi eine einzig große Exposition, dadurch, dass er eben, wie gesagt, der Auftakt eines Cinematic Universe ist es der indonesischen Superheldenkultur sozusagen. Denn die Figur des Gundala ist seit den 1960ern, wie ich hier gerade lese, fester Bestandteil der indonesischen Popkultur und eben einer der ersten, sag ich mal, Superhelden aus diesem Gebiet. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der Film lief sonntag morgens um, nee mittags um ein Uhr als erster Film des Fantasy Filmfests zu dem Tag. Deswegen habe ich ihn nicht geschafft. Aber es waren sehr viele Menschen aus dem asiatischen Raum vertreten. Also wirklich überproportional viel. Das Kino war auch recht voll, was ja jetzt, was man sagen muss zu den White Nights nicht so häufig der Fall war. Und dementsprechend wurde auch gut angenommen. Von der Inszenierung her wirklich super. Es ist jetzt nicht so ein klassischer Marvel Superheldenfilm, sondern da wird es auch mal blutig und es wird auch recht schnell traurig, denn man sieht, wie der Vater quasi ums Leben kommt, der Sohn auf sich allein gestellt ist, am Hungern ist, am Kränkeln ist. Und dementsprechend, wie wir es eben gewohnt sind aus dem indonesischen Raum, sind die Kampfszenen auch recht kräftig, gewalttätig und stark inszeniert eben auch. Sie machen auch wirklich Spaß anzusehen. Und sonst dieser Superheldenaspekt, der da mit aufgenommen wird oder aufgebaut wird, wodurch eben auch viele verschiedene Charaktere eingearbeitet werden, die immer mal wieder was Neues erklären. Darüber muss man leider hinwegsehen. Es ist nun mal so, dass hier erstmal diese Welt aufgebaut werden muss. Aber sonst hat man hier schon einen recht soliden Superheldenfilm, muss man sagen. Der geht ja knapp über zwei Stunden und ich hab hier übrigens auch gerade mal die IMDb offen und zumindest wenn man guckt, wo bereits Besprechungen und Rezensionen erschienen sind, das sind 100% nur, also von 14 externen Kritiken, die sind allesamt irgendwo in Indonesien angesiedelt oder aber klingen vom Namen her so, als wären sie zumindest im asiatischen Raum zuzuordnen. Das scheint da also schon auch eher ein Ding zu sein. Was ich jetzt gerne nochmal wissen würde, du hast jetzt verschiedene Sachen gemeint, dass da quasi auch so ein bisschen angedeutet wird, wie es weitergehen könnte, dieses Universe quasi aufgebaut. Interessiert es dich ein bisschen oder ist es eigentlich dermaßen speziell, dass du glaubst, das ist eher nicht so dein Ding. Es ist, ich würde sagen, es ist nicht allzu speziell. Man hat jetzt vielleicht einfach Superhelden, die man noch nicht kennt. Von der Inszenierung her ist es jetzt nicht viel anders, also vom Stil, sag ich mal, wie Der Raid, so von der Bildsprache her vielleicht, jetzt vielleicht nicht von der Wucht und vom Gewaltgrad, aber sonst ist das schon wirklich interessant, vor allem weil auch diese Fantasy Aspekte ganz gut eingearbeitet werden. Aber wie gesagt, man sollte es vielleicht, man sollte Gundala vielleicht mal eine Chance geben, um eine neue Art des Superheldenfilms kennenzulernen, vielleicht auch eine etwas erwachsenere Form Superheldenfilms. Was mich jetzt so am ersten interessiert hätte, als ich das gelesen habe, der war der erste Film am Sonntag, da habe ich gesagt, in zweistündigen Indonesien tue ich mir das jetzt an oder schlafe ich noch ein bisschen aus, habe es mir dann gespart, allerdings fast wäre ich hin, weil mich die Martial-Arts Szenen schon interessiert hätten als Martial-Arts-Fan. Wie waren die denn so jetzt im Vergleich zu anderen indonesischen Filmen wie The Raid oder so? Ja, vielleicht jetzt nicht ganz so auf dem Niveau wie The Raid, aber man hat auch große Massenschlachten, zwei, drei Stück, eine direkt zu Beginn, die dann auch ähnlich wie The Raid quasi im Schlamm stattfindet und das macht schon richtig Spaß, wenn die Knüppel da fliegen und ja, es ist, man bekommt da schon ein bisschen, äh, dieses indonesische Flair mitgeliefert. Okay. Jetzt, natürlich ist das jetzt wie im MCU ähnlich, nicht so beinhart, sondern, äh, etwas runtergeschraubt, aber dennoch, man kann da seinen Spaß mit haben. Okay. Okay, alles klar. Vielen lieben Dank. Superhelden finde ich per se immer ganz interessant und, ähm, jetzt, wo ja auch demnächst dann auch so ein asiatischer Superheld im MCU auftreten wird, denke ich, dass man sowieso immer mehr, also muss sowieso schon, der komplette Kinomarkt funktioniert ja eigentlich vor allem, weil der asiatische Markt so stark geworden ist und da werden viele Filme noch quasi gerettet. Das ist also generell ein Thema, das man immer häufig auf dem Schirm haben sollte und wenn da aus dieser Region dann auch mal was in dieser Richtung kommt, in diesem Genre, dann müsste man da eigentlich mal einen Blick riskieren, gerade auch, weil die Durchschnittswertung auf IMDb mit 7,4 echt ganz gut ist, bei knapp 2.100 Bewertungen, da müsste man mal einen Blick riskieren. Der nächste Film und dann eigentlich... Moment, Moment, die Bewertung hätte ich gerne noch. Aha. Ich würde bei drei Sternen landen sogar, ja, mir hat er ganz gut gefallen, also war einer der besseren Filme. Sehr gut. Der nächste Film, den wir hier besprechen, ist gleichzeitig auch der letzte, dem wir etwas mehr Zeit widmen, danach kommt eben noch euer Kurzfazit zu anderen Filmen und so generell zur Veranstaltung, nämlich zum Film VFW. Das ist eine Abkürzung, die steht für Veterans of Foreign Wars, das habe ich mir gemerkt und ist der dritte Film, den ich ja eben auch live vor Ort sehen konnte und wird mich da ebenfalls mal an einer kurzen Zusammenfassung versuchen, denn letztlich geht es um eine Gruppe eben von Veteranen, die haben also alle schon lange Zeit nicht mehr gedient, waren aber teilweise mehrfach in verschiedenen Kriegen auch unterwegs und haben da eben fürs US-Militär gekämpft und die Welt, in der sie leben, ist inzwischen auch wieder total apokalyptisch, denn letztlich gibt es eine Droge, deren Namen ich gerade nicht weiß, Hype, genau, die Droge heißt Hype. Diese Droge dominiert alles, hat einen Großteil der Menschheit beziehungsweise der Menschen in deren Umgebung abhängig gemacht und es ist absolut wild, es gibt kaum noch Gesetze, die durchgesetzt und umgesetzt werden. Es gibt einfach quasi inzwischen nur noch Drogenabhängige, die letztlich wie Zombies unterwegs sind und dann gibt es den Moment, wo plötzlich eine junge Frau in die Bar von einem unserer Protagonisten hereinstürmt. Der Protagonist hat auch einen Namen, nämlich Fred wird gespielt von Stephen Lang und der hat so eine Bar. In dieser Bar trifft er sich regelmäßig mit seinen Kumpels und wahrscheinlich auch weiteren Leuten. Die trägt den Namen VfW, aber scheinbar kann da jeder rein, keine Ahnung und da trinkt man eben Bier und schnappst und lässt es sich richtig gut gehen und lässt so ein bisschen die Welt draußen, ihre Welt sein und trifft sich halt so im kleinen Kreis und irgendwann, nachdem auch noch zum Beispiel auch ein junger Kriegsheimkehrer mit dazu gestoßen ist zur Runde, stößt irgendwann auch, also läuft so eine junge Frau rein und die junge Frau wird verfolgt und recht schnell ist klar, sie hat Drogen geklaut und wird jetzt von diesen Drogensüchtigen gejagt. Und dann geht's los mit einem Film, wo sich Menschen gegen Zombie-ähnliche Drogen abhängig gewähren und das auch recht blutig und hat mich vor allem auch erinnert an Near From Dusk Till Dawn. Das sind meine Gedankengänge als Laie des Genres. Würde ich so unterschreiben. Vom Dusk Till Dawn, Assault und Precinct 13 noch, aber sonst, ja, das ist so ein Festivalfilm. Der versprüht Fantasyfilm-Festfeeling. Ja, richtig schöner Genrefilm, schön dreckig, recht billig, aber mit viel Herzblut und auch viel Kunstblut gemacht und schreit irgendwie schon nach, ich find John Carpenter geil. Also gestern kam zum Beispiel Assault on Precinct 13 nochmal, das ist einfach ein Meisterwerk und der lehnt sich da schon sehr arg ran. Der Soundtrack schreit auch immer nach, ich find John Carpenter geil. Der ist sehr so 80s-Synthie-mäßig, wie es John Carpenter eben damals gemacht hat bei eben Assault oder Fürst der Dunkelheit oder so. Das nimmt der sehr gut über, auch diese Atmosphäre, alles sehr düster mit Neonlicht in dieser Kneipe natürlich und ja, die Story ist jetzt nicht wirklich originell, das ist halt so ein bisschen so dieses Neo-Western, man verbarrikadiert sich, draußen ist die Horde und irgendwie baut man sich dann Waffen und Fallen und bla bla bla. Und der Bodycount ist durchaus sehenswert und die Gore-Effekte auch. Macht einfach Spaß, der Film ist kein Meilenstein, aber den kann man wunderbar, das ist ein wunderbarer Partyfilm, den man, wenn man sowas mag, mit Freunden und Bier genießen kann. Also für mich eins der absoluten Highlights und versöhnlicher Abschluss gewesen. Definitiv, war auch mitunter der einzige Film, der an dem Festival beklatscht wurde zum Ende. Stimmt. Und würde ich auch so unterschreiben, der macht halt einfach viel Spaß, mit ein paar Leuten kann man sich den anschauen. Super grobes, grobkörniges Bild, was nochmal dieses, diesen 80s-Flair noch weiter unterschreibt. Die Sprüche sind so trocken wie sonst irgendwas. Es wird ständig ein Shot nach dem anderen reingeschüttet. Die Macheten fliegen in die Köpfe rein, was man, was leider in dem Lichtergewitter, sag ich mal, also in diesem Neonflimmer ständig ein bisschen untergeht, was ein bisschen schade ist. Aber sonst, ja, alte Männer prügeln auf Zombies ein. Ja, so kann man das zusammenfassen. Ist ja vom Regisseur Joey Beggos und der hat ja unter anderem auch den Blizz gemacht, der lief glaube ich beim regulären Festival und hat demnächst auch seinen regulären Kinostart, der Blizz. Den werden wir auch besprechen, da haben wir auch einen Dings da, einen Pressescreener, der kriegt nochmal eine ausführliche Besprechung von uns. Den habe ich auch gesehen schon übrigens. Ja, ich glaube, den hast du auch besprochen kurz beim Fest, bei unserem Special zum Festival. Achso, ja, das kann sogar sein. Na gut. Ja, doppelt hält besser, meinst du? Sicher, sicher. Ja, also der ist auf jeden Fall scheinbar auf jeden Fall ein Genre-Regisseur, der auch zu wissen scheint, was er da tut. Und Soundtrack war geil, Licht war geil, also Licht fällt wirklich auf. Da habe ich ja sonst vielleicht nicht so den Blick für, aber gerade dieses Neonlicht, das ihr angesprochen habt, fand ich top. Die eigentliche Auflösung, okay, Haken dran, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht darum, wie du, also der Bodycount einfach und da vielleicht tolle Todesszenen, wenn man so will, so sehen. Hat mich aber, das war letztlich ja von den drei Filmen, die ich gesehen habe, schon wieder der zweite, der so ein bisschen, auch wenn es keine Zombies sind, in diese Zombie-Richtung geht. Ist das stellvertretend? Weil irgendwie, also das waren jetzt schon von drei Filmen. Zweimal so Zombie-Dinger, ist ein bisschen langweilig, oder? Ja, also Zombies darf man jetzt wirklich nicht sagen. Das sind Drogies und die werden ja auch von so einem Banden-Chef da irgendwie quasi benutzt als Kanonenfutter, um da an die Drogen wieder ranzukommen. Wie gesagt, die haben ja auch Waffen, die sie benutzen. Das sind jetzt nicht wirklich irgendwie hirnlose Zombies. Es ist halt ein apokalyptisches Setting. Das stimmt, das ist ja auch total in und deswegen ist das natürlich so ein Ding, was gerade sehr häufig vorkommt, aber jetzt bei den zehn Filmen vom FFF waren das jetzt nicht wahnsinnig viele. Habe ich also genau die Wahl getroffen. Genau. So in die Richtung geht. Gibt es noch Punkte, die wir jetzt zu VfW erwähnen wollen? Von meiner Seite wäre alles gesagt auch, ja. Nö, also wenn man gerade so diese John-Carpenter-Filme, diese frühen so, auch die Klapperschlange und sowas, wenn man das mag, dann kann man dem wirklich eine Chance geben. War wirklich ein Highlight, der einfach Spaß gemacht hat. So ein Popcorn-Kunstblut-Film, wenn man eben sowas mag, absolut empfehlenswert. Prima. Ich gebe dem, ich gebe dem Vier von Fünf. Okay. Ich lande, war auch einer meiner, meiner Favoriten des Festivals, aber ich lande bei Dreieinhalb. Da hat sich dann doch ein bisschen im Zwischenteil, ja, kam dann Gegnerwelle auf Gegnerwelle und dann hat es mir dann auch gereicht. Obwohl ich wirklich jeden Kill gefeiert habe, also ich habe auch applaudiert und alles, aber da hätte noch ein bisschen mehr gehen können. Ja, jetzt finde ich Vier von Fünf, glaube ich, muss man so ein bisschen wie eine Genre-Wertung interpretieren, also vermute ich mal, dass sie innerhalb im Vergleich zu anderen Filmen dieser Art so zu sehen ist. Wenn ich eine allgemeine Bewertung mache, wären das auch eher so drei von fünf von mir aus. Ich fand den schon okay, ich fand den schon gut, der tut nicht weh, aber mir, ich gehe zum Fantasy-Filmfest, da gehe ich das erste Mal, ne, wo gemerkt, weil ich da was sehen will, was ich noch nirgends gesehen habe, weil ich überrascht werden möchte, weil ich da einfach was Neues mal sehen möchte und sei es nur optisch und das war ja halt einfach nicht der Fall. Das war einfach ein schöner, plausibler, also nicht plausibler, ein solider Film, so und deswegen denke ich es dreieinhalb, also drei, beziehungsweise meinetwegen auch dreieinhalb von fünf Sternen, die Wertung, die ich geben würde und das sind so meine zaghaften Versuche, auch so ein Gesamtfazit zu ziehen, was ich ja eigentlich gar nicht machen kann. Ich habe ja noch Code 8 gesehen, die Besprechung dazu hört ihr dann in dem anderen Special, das wir aufgenommen haben, aber Jungs, ihr habt ja nun wirklich alle Filme mitgenommen und möchte euch gerne auch nochmal die Gelegenheit geben, hier nochmal so ein persönliches Gesamtfazit auch von den White Knights in diesem Jahr abzugeben, gerne auch nochmal zwei, drei Worte zu verlieren, denn Thilo, ich weiß bei dir, dass deine eigentlichen Highlights jetzt hier gar nicht besprochen worden sind. Ja, ich fand es sehr schade, dass die großen Highlights schon in dem anderen Special verbraten wurden und ich da nicht dabei sein durfte. Ich fand jetzt nämlich allgemein insgesamt die White Knights enttäuschend, etwas enttäuschend nach diesem eigentlich schon sehr gutem, großen Festival letzten Sommer. Es waren für mich zu wenig Highlights dabei, ich habe jetzt acht von zehn gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie The Beast zum Beispiel war, aber für mich das, ja okay, gut, dann bin ich ja froh, dass ich da auch ausgeschlafen habe. Mein Highlight war absolut Jojo Rabbit, da beißt die Maus keinen Faden ab, der ist ja auch Oscar-nominiert, zu Recht, finde ich. War für mich jetzt der beste Film. Code 8 kommt danach, das ist einfach ein solider Independent Crime Superheldenfilm, wenn man es mal so nennen darf, der nicht billig aussah, aber recht günstig wahrscheinlich produziert war, war so ein Kickstarter-Ding, glaube ich, weil die Credits eben auch gefühlt zehn Minuten gedauert haben, wo sie allen gedankt haben, die gezahlt haben wahrscheinlich und ja und dann an dritter Stelle kam schon VFW und danach war leider alles so unter ganz nett bis okay, bis kann man vergessen, muss ich leider sagen. Haben wir heute besprochen alles im Grunde. Okay. Ja, ich muss leider sagen, also wir haben bei uns im Podcast auch Jojo Rabbit am Wochenende besprochen und ich bin etwas ernüchtert rausgegangen aus dem Film, obwohl das mit Abstand der beste Film des Festivals ist, kann man auf jeden Fall sagen. Ich hatte da vielleicht einmal eine andere Erwartungshaltung an Tiger Waititi. Das ist mehr, ich bin da mehr mit aus dem Feelgood-Film rausgegangen, anstatt aus dem, aus der Satire, die wirklich mal in die Magen gegen schlägt. Der ging mir leider nicht ganz so weit, der war nicht ganz so scharf von seiner Thematik her oder wie er daran reintritt. Das hat mich leider ja sehr enttäuscht zurückgelassen. Sonst als Highlight vielleicht Synchronic, die erste Hälfte davon fand ich doch sehr interessant, auch von der Inszenierung her und sonst würde ich doch dann Gundala empfehlen. Als etwas Besonderes, was man nicht alle Tage sehen kann. Den indonesischen Superheldenfilm. Aber insgesamt dann doch ein sehr enttäuschender Rückblick auf das Fantasy-Filmfest und sein Line-Up. Also hat sich die Dauerkarte nicht gelohnt? Diesmal nicht, sag ich halt. Diesmal nicht, nein. Okay, dann hoffen wir zumindest, dass die normalen Nights, die in diesem Jahr auch noch anstehen, die sind im Mai wie gesagt und im April, dass die ein bisschen geiler noch sind. Da erwartet uns nochmal dasselbe in grün, oder? Also da gibt es jetzt nichts, was der krasse Unterscheidung zu den White Nights darstellen würde, oder? Das ist genau dasselbe in grün. Oh, ich bin wieder am Start. Okay, sehr gut. Auch da wird es garantiert Besprechungen bei uns beim Tele-Stammtisch geben. Und ich denke, dann können wir ja auch zu unserem Ende kommen. Es war mir erneut eine wahre Freude mit euch hier über diese Filme sprechen zu können. Auch, dass ihr uns quasi Filme vorgestellt habt, die wir eben allesamt noch nicht gesehen haben und da so ein bisschen auch so ein bisschen dieses Genre-Ding mitschwingen konnte. Ich finde es toll, dass wir Leute wie euch im Team haben, die hier die Dauertickets mitnehmen und die dann auch regelmäßig sich wirklich einfach auch mal erstmal alles geben, sich vielleicht auch ein bisschen überraschen lassen und auch Dinge schauen, die man jetzt vielleicht sonst nicht unbedingt gucken würde. Und es ist einfach auch der Beweis dafür, dass wir scheinbar doch eine ganze Menge Cineasten im Team haben. Dankeschön. Ja, danke für diese Selbsthilfegruppe, die hatte ich nötig. Schön endlich sich erstmal alles von der Rede zu reden. Richtig, also macht's gut. Alles klar, dann tschö. Applaus